Hey Leute, was geht? Cascrafter hier und herzlich willkommen zurück zu einer breit neuen Folge Sky Factory 4. Ich befinde mich hier wieder auf meiner wunderschönen Insel, die tatsächlich noch ein bisschen schöner geworden ist. Dazu aber gleich mehr. Für heute haben wir endlich den Schritt vorbereitet oder wir haben jetzt endlich alles, um den Schritt zu gehen, den ich seit so vielen Folgen gehen wollte. Dazu gleich ein bisschen mehr. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, um was es dabei geht. Aber ihr habt vielleicht schon einen kleinen Glimpse gespottet, denn ich habe gestern wieder ein bisschen Dekoration gebaut und ta-da-da-da-da. Hier ist das Ganze. Es ist also nicht ganz fertig, aber ich habe mal angefangen, hier ein paar Wege anzulegen. Das Ganze natürlich mit Chis' und Bits, wer hätte es anders gedacht. Und ich habe gestern angefangen, das so ein bisschen organischer zu machen. Also erst waren die Wege sehr eckig und sowas, also sowas wie hier drüben, dass wir eben einfach ja komplett eckige Wege haben. Und dann habe ich noch angefangen, das eben ein bisschen abzurunden. Hier ist ja noch ein bisschen komisch, der Weg, aber ansonsten ist das hier eben abgerundet, dann hier rüber. Hier rein ist auch schon alles fertig. Die Kurve ist, glaube ich, wirklich fast perfekt geworden. Das sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Hier drüben genau dasselbe. Also ja, so sieht das jetzt aus. Hier wird es sogar ein bisschen breiter. Das sieht auch eigentlich ganz schön aus. Und das ist praktisch jetzt unser derzeitiger Weg. Ist natürlich schon wie so ein bisschen, ja, so ein Zellengarten oder sowas. Wäre cool, wenn wir da hier irgendwas in die Art hinbekommen, aber müssen wir mal gucken. Generell ist das jetzt aber erstmal der Weg, den wir hier bauen. Dann können wir die anderen Ecken und sowas hier noch abrunden. Und dann sieht das, glaube ich, echt ziemlich, ziemlich schön aus, wenn wir da, ja, irgendwann fertig sind. Also generell, ich glaube, die Insel ist mittlerweile wirklich die schönste, die wir bisher gebaut haben in irgendeinem Projekt. Also wenn man das hier so sieht, das ist schon echt, ich weiß nicht, das Gebäude ist ja nicht auch gerne mit drauf, aber irgendwie. Okay, alleine die drei Gebäude hier schon, das sieht echt richtig schön aus. Mit dem Weg davor so, zu dem Haus, dann der Tempel hier hinten, mit diesem Korbogen, der passt immer noch so unglaublich gut hier rein. Ja, ist einfach echt ziemlich schön geworden. Okay, aber genug gelabert. Heute wollen wir natürlich, wie schon gesagt, ein bisschen was machen. Ich glaube, Sekunde, wir gehen mal ganz kurz hier rüber. Ich glaube, das habe ich total vergessen zu machen, ne? Das wollte ich ja nicht bauen und dann wurde ich abgelenkt und habe irgendetwas anderes gemacht. Ähm, ja, denn ich wollte eigentlich das Autocrafting von der Maschine umbauen, das haben wir aber noch nicht gemacht. Allerdings, äh, haben wir mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen, wie wir hier sehen können. Wir haben 10 Millionen Gold, 8 Millionen Eisen, 1,3 Millionen Glas und so weiter und so fort. Wir haben noch 300.000 Experiences dann schon und das ist ohne unsere super krass Anlage, die wir uns demnächst bauen wollen. Aber das bedeutet für uns, wir haben jetzt wirklich endlich genug Rohstoffe, um uns die Ultimate Induction Sales zu bestellen. Das heißt, wir gehen einfach mal auf 3.000 Stück. Ähm, 3.300 ist eigentlich so das, was wir eigentlich haben wollten, aber wir gehen erstmal auf 3.000. Und den Rest, den bestellen wir dann später, wenn wir noch was brauchen, weil wir bauen ja auch noch Induction Provider. Oder machen wir 3.000? Machen wir 3.300? Komm, wir gucken einfach mal. Ähm, wir gucken auf 3.000, dann klicken wir auf Next. Jetzt sagt er allerdings für uns, no crafting CPU is available. Und das macht auch relativ viel Sinn, denn das Rezept hier, wie ihr sehen könnt, braucht 40 Millionen Bits. Und das ist sehr, sehr, sehr viel. Das heißt, ähm, um das hier craften zu können, bräuchten wir, ich weiß nicht, ob das überhaupt passen würde, aber dafür bräuchten wir die super, super, super fette, ähm, Auto-Crafting-Zelle von der Platanatistics, also so eine 17x17x17 große oder sowas. Und ich denke mal, die hat dann, ähm, ja, wahrscheinlich genug dafür. Äh, deswegen müssen wir das Ganze ein bisschen aufteilen. Das heißt, wir bestellen uns dreimal 1.000 Stück und ich denke mal, das sollte dann passen. Nein, selbst 1.000 sind zu wenig. Oh, oh, okay, vielleicht müssen wir dann ganz kurz noch was umbauen. Dann gehen wir mal eben in diesen Block hier, ist das genau, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Und ich würde sagen, dann bauen wir uns vielleicht wirklich eine größere Auto-Crafting-Zelle als die, die wir hier haben. Es wäre cool, wenn man hier angezeigt bekommt, wie, ja, wie viel Speicherplatz die wirklich im Endeffekt haben. Aber ja, wir haben praktisch diese vier großen hier und die reichen eben bei beiden leider nicht aus. Das heißt, äh, ich würde jetzt vielleicht gerade mal ganz kurz hier noch eine größere hinmachen. Wir bauen die mal ganz kurz alle ab. Ähm, also alle auf der Seite hier drüben bauen wir einfach mal ab. Das ist natürlich jetzt nicht, äh, so super gut, aber müssen wir jetzt, glaube ich, mal Opfer bringen. Ähm, genau das Gleiche machen wir natürlich hier. So, zack, there we go. Die Co-Processing-Units können weg und natürlich die Cable hier in der Mitte auch. Und dann nehmen wir noch die beiden großen hier, glaube ich, ebenfalls mit weg, oder? Dann haben wir hier drüben die anderen stehen. Dann nehmen wir die hier einfach mal mit dazu. Oh mein Gott, das war jetzt sehr, sehr viel Zirk. Ähm, ja, dann nehmen wir die alle auch mit dazu und diese hier drüben natürlich auch noch. Na, komm schon. Ja, da haben wir es. Sehr gut. Okay, und dann gucken wir mal, wie groß die Autocrafting-Zelle hier im Endeffekt wird. Wir kappen mal ganz kurz das Kabel hier hin. Denn, ähm, dieses Kabel ist nicht unbedingt... Nein, verdammt. Ähm, dieses Kabel ist nicht so gut, weil wenn die Autocrafting-Zelle angeschlossen ist, während man sie praktisch baut, dann, äh, geht die kaputt. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hin und ich würde sagen, wir machen so Zweiertürme oder so. Denn Bildersform wäre natürlich auch super, 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 super gut. Ähm, da bin ich gerade kurz ein bisschen hängen geblieben in meinem Kopf. Aber das passiert manchmal. So, äh, wir bauen mal ganz kurz den hier hoch. Ähm, wir könnten natürlich auch ausrechnen, wie viele Bits wir hier haben, ne? Also, eine sind ja 64.000. Das heißt, wir haben jetzt hier... Wie viel sind das? Das sind 7 mal 3 mal 7. Das heißt, mit der Größe hätten wir jetzt ungefähr 10 Millionen. Und wir brauchten, glaube ich, für unser Craftending 9 Millionen oder sowas, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, wir schauen noch mal ganz kurz nach. Für 1.000 Stück brauchen wir 13 Millionen. Okay, also brauchen wir definitiv noch ein bisschen mehr. Aber wir haben ja zum Glück auch noch welche. Das heißt, wir setzen hier einfach mal alle mit dazu. Ich denke mal, die Coke-Processing-Units, die wir haben, die sollten theoretisch reichen, äh, für das ganze Ding hier. Theoretisch könnten wir vielleicht sogar wirklich sowas hier noch mit dazu machen. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber wir schauen mal. Also, jetzt haben wir halt wirklich einfach nur straight up, äh, was mit dazu gebaut, damit wir hier sehr, sehr viel Platz haben. 1.000 Stück, next. Und immer noch nicht. 13.000. Ah, ne, die ist ja noch nicht angeschlossen. Never mind. So, warte, dann machen wir ganz kurz das hier. Das Kabel können wir wegmachen. Und jetzt ist das Device online. Hier habe ich immer noch ein Wireless-Crafting-Terminal. Aber dann gehen wir auf 1.000. Und da sind sie. Jawohl, das sind mehr als genug Bits, die wir jetzt haben. Und das bedeutet für uns, wir können jetzt wirklich dieses Rezept hier bestellen. Und das wollen wir natürlich auch machen. Das heißt, wir gehen mal in unseren Auto-Crafting-Raum praktisch rein. Und, ähm, da würde ich dann natürlich sehr gerne zugucken, wie das ganze Zeug gecraftet wird. Und ob es überhaupt funktioniert. Weil es kann natürlich sein, dass wir jetzt irgendwo einen Fehler haben, den ich übersehen habe. Und dann funktioniert hier gleich gar nicht mehr. Aber das probieren wir jetzt aus. Das heißt, wir bestellen uns 1.000 Stück hiervon. Klicken auf Start. Und up we go. Jetzt fängt er natürlich an, hier sehr, sehr viel Zeug zu machen. Zuallererst mal braucht er unglaublich viel Redstone, wie ihr sehen könnt. Ähm, wir brauchen wahrscheinlich sogar noch sehr viel mehr Redstone als das, was wir hier benutzen. Weil wir natürlich auch, ähm, hier die ganzen Maschinen bepowern müssen, ne? Das heißt, das hier hinten, hier wird da oft Redstone nachgefüllt. Und das zeigt die mir nicht an. Also das Redstone, das wir für die ganzen Prozessoren zusätzlich brauchen, das, äh, berechnen wir gar nicht mit ein. Aber jetzt haben wir natürlich erstmal die Sachen hier. Wir gucken mal ganz kurz in die Kisten. Das heißt, hier müsste unser ganzes Eisen exportiert werden. Das ist sogar relativ langsam gerade noch. Vielleicht haben wir zu wenig Code Processing Units. Hier drüben wird auch Eisen exportiert. Das ist aber für was anderes. Und hier, ja genau, unser Carvenzeug. Und hier oben sind die ganzen Energy Aloys, die wir schon gemacht haben. Das heißt, die werden ja dann hier praktisch zu Reinforce und dann zu Atomic Aloys. Und hier hinten werden die ganzen anderen gemacht. Und hier wird auch noch zusätzlich Steel hergestellt. Hier drüben machen wir auch unser Steel gerade. Das heißt, das wird hier schön in einem Ultimate Furnace gebraten. Könnten wir vielleicht sogar auch ein bisschen schneller machen. Hier unten machen wir gerade Compressed Diamonds. Hier drüben machen wir Compressed Redstone. Und eben, hat die Maschine keine Speed Upgrades? Was ist denn da los? Hallöchen! Wie kann das passieren? Energy, das kann ja mal gar nicht sein. Dass die hier keine Speed Upgrades hat. Ich glaube sehr wohl. Da hackt's. Hat die Upgrades? Ja, die hat Upgrades. Sehr gut, okay. Dann kann die Maschine natürlich machen. Und die wird jetzt sehr, sehr viel von den ganzen Sachen die ganze Zeit nebenbei herstellen. Und dann machen wir hier drüben die ganze Zeit Lithium Dust. Und Lithium Dust brauchen wir, puh, Alter, 600.000 oder sowas. Also die Maschine wird dauerhaft laufen, glaube ich. Oh ja, und jetzt sehen wir hier die ganzen Sachen, die wir hier bauen. Das heißt, wir stellen hier gerade Lithium Dust scheduled 84.000 tatsächlich nur. Aber ich weiß nicht genau wieso. Eigentlich müssten wir mehr. Ah ne, das sind ja nur 1.000 Stück, die wir hier gerade craften. Nur 1.000 Stück, die wir hier craften. Ist natürlich auch schon sehr ordentlich. Aber was brauchen wir hier? Wir brauchen 330.000 Steel Blend. Okay, beachtlich. 2,5 Millionen Redstone, das ist auch okay. Und dann machen wir natürlich hier unser Atomic Alloy und die ganzen anderen Sachen. Aber grundsätzlich bricht sich das Ganze auf ein paar Sachen runter. Und zwar einmal auf unsere Steel Produktion. Hier drüben im Ultimate Furnace. Was wir natürlich auch, na obwohl hier ist es vielleicht ein bisschen schwierig mit mehreren Interfaces. Könnte man an eine Kiste machen und dann aufteilen. Das wird immer gehen. Also die effizienteste Art, ein Outcrafting zu machen, ist glaube ich das, was ich hier gebaut habe. Dass wir einfach ein Interface an einer Kiste haben. Und ja, die Kiste bekommt dauerhaft Items. Und die Items werden dann auf ganz viele Maschinen aufgeteilt. Das ist glaube ich so das Beste. Funktioniert aber nicht immer, weil manche Maschinen natürlich eine bestimmte Anzahl oder sowas brauchen. Dann ist das ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich sieht das hier sehr, sehr, sehr gut aus. Das heißt, das hier funktioniert alles. Beim Ultimate Furnace könnte man das auch mit Xnit machen. Aber bei den Maschinen, da können wir zum Beispiel ein Interface benutzen. Die Maschinen außen rumstellen und dann machen die für uns alles komplett automatisch. Aber okay, das sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Das heißt, unser Outcrafting hier läuft absolut ohne Probleme. Er braucht natürlich sehr lang. Er sagt, ich sehe gerade drei Stunden. Aber das ist sogar noch relativ umar. Und ich hätte irgendwie gedacht mehr. Aber gut, das ist jetzt auch nur ein Drittel von den Sachen, die wir eigentlich brauchen. Deswegen ist das natürlich ein bisschen anders. So, er macht 5000 Steel Blend. Okay, haben wir so viel Steel Blend jetzt hier drin gerade. Ach so, die Lage der zwischen. Das heißt für uns, wir bräuchten eigentlich einen zweiten Ultimate Furnace oder so. Das wäre schon sehr, sehr gut. Weil das Coole ist, wenn wir jetzt so einen Test Run machen mit diesem Ding, dann können wir rausfinden, wo unsere Bottlenecks liegen. Also wo wirklich die langsamsten Maschinen stehen, die wir vielleicht upgraden müssen. Und eine Maschine davon ist auf jeden Fall diese hier. Dass wir uns praktisch ein normales Interface benutzen oder ein normales Interface nehmen. Und dann nehmen wir uns eine Crushing. Genau, Crushing ist das. Davon bräuchten wir jetzt drei Stück. Das ist das Problem. Wir machen mal ganz kurz einen Crusher. Das Coole ist, wir können ja... Oh, ich sollte jetzt halt nebenbei nichts craften. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Genau. Aber eigentlich ist es nur... Habe ich, glaube ich, gestern auch schon erklärt, ne? Dass wir ein Interface nehmen und dann eben den Crash-Head reinsetzen. Habe ich jetzt leider noch nicht gemacht. Das wäre wirklich noch ziemlich gut gewesen. Und natürlich ein zweiter Ultimate Furnace oder so. Der würde auch schon wirklich gut tun, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie manuell nachhelfen sollten. Ob sich das lohnt. Aber ich glaube nicht unbedingt. Weil ich meine, er ist schon ziemlich schnell. Aber ihr seht natürlich auch, der Stack hier füllt sich die ganze Zeit. Das heißt, er ist nicht unbedingt schnell genug, um den Stil herzustellen. Und er könnte rein theoretisch sogar noch ein bisschen schneller sein. Aber dafür bräuchten wir halt einen zweiten Ultimate Furnace. Das würde auch locker gehen, wie gesagt. Wenn wir einfach das Interface an eine... Ich weiß aber nicht, was passiert. Hm. Na, das Problem ist, ich weiß wirklich nicht, was passiert, wenn ich... Eigentlich könnte ich das sogar hier drüber anschließen. Das wäre so smart, wenn ich die Sticks hier reinpacke und dann einen anderen Channel mit Insert in Top. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das Interface abbaue. Ob er dann wieder da weitermacht, wo er aufgehört hat. Oder ob er dann ein bisschen rumbackt. Wir prüfen mal ganz kurz was aus. Ultimate Furnace. Den bauen wir uns nochmal. Und dann machen wir nochmal Cheater, what's his Scouter Level oder so. Ich mache mal ganz kurz die ganzen Essenzen. Und ich baue mir eben einen Ofen. Sekunde, ich baue mir ganz kurz einen Ofen. So, da ist der Ultimate Furnace. Und dann können wir damit praktisch... Ja, jetzt probieren, das ganze Autocrafting ein bisschen anders zu machen. Das heißt, die Idee dahinter ist einfach folgende. Wir nehmen uns eine Kiste, wie davor praktisch auch schon. Natürlich wäre jetzt eine große Kiste dafür ein bisschen sinnvoller. Aber wir benutzen gerade einfach mal die. Im Endeffekt ist es auch egal. Und dann gehen wir nach Xnet. Wir brauchen nämlich einen Controller. Einer davon ist kaputt. Ich glaube, das ist der untere. Den wollen wir also nicht haben. Connector haben wir schon. Wir bräuchten nur einen für den Controller. Ne, selbst dafür brauchen wir keinen. Generell brauchen wir wirklich absolut gar nichts. Wir brauchen absolut gar nichts. Wir brauchen nur eine Kiste und die kommt hier oben hin. Zack, dann brauchen wir natürlich ein Interface. Aber dabei nutzen wir das hier. Und jetzt sagen wir einfach nur folgendes. Wir nehmen uns ein Steel Blend. Da nehme ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen was raus. Das geben wir ihm dann gleich wieder zurück. Und jetzt haben wir hier unsere Kiste. Wir nehmen einfach mal die anderen Channel hier. Das heißt, wir haben unsere Kiste. Wir gehen das hier auf Items. Gehen auf Create. Gehen auf Create. Machen hier Steel Blend. Sagen, das Ganze wird extracted in einem Stack von 5 Ticks. There we go. Das ist schon mal Nummer Uno. Und jetzt haben wir hier unseren Ultimate Furnace. Da stellen wir uns auch 0,19 zweiten dazu. Wir machen erstmal den ersten. Dann haben wir hier unseren Ultimate Furnace. Und der bekommt hier auf dem vierten Slot Sticks. Das ist sehr wichtig. Und jetzt kriegt er zusätzlich auf dem vierten Slot, gerade war der dritte, kriegt er jetzt unseren Steel Blend. Allerdings wird er hiervon abinsertet. Und das ist sehr wichtig. Das ist das Coole am Xnet. Ihr habt diese Advanced Connector und ihr könnt in dem Connector einstellen, von welcher Seite er den Ofen befeuern soll. Weil der Ultimate Furnace funktioniert so wie ein Vanilla Ofen. Das heißt, die Sachen, die gebraten werden sollen, müssen von oben in den Ofen rein. Und wenn ich den Connector angeschlossen habe, dann kann ich ihm hier drin einfach vorgaukeln, dass er den Steel Blend von oben hier reinpackt. Und das ist genau das, was ich haben will. Das heißt, wir schnappen uns jetzt nochmal ein Cable. Zack. Machen das hier ganz kurz weg. Packen das hier hier dran. Machen dich da dran. Und dann sollten wir sehen, dass er das hier füllt. Perfekt. Jetzt machen wir einfach einen zweiten Ofen hier mit dazu. There we go. Wir sagen dir ganz kurz, du darfst nach dem North connecten, wenn du das möchtest. Okay, das Problem ist, wir können den Ofen hier nicht leer saugen. Da habe ich absolut nicht dran gedacht. Das ist schwierig. Und ich weiß nicht, ob wir das irgendwie umgehen können. Ich glaube aber nicht unbedingt. Wir probieren es einfach mal ganz kurz. Weil wir sagen ihm jetzt erstmal ganz kurz, wir kopieren den Connector und pasten den hier rein. Und wir kopieren den Connector und pasten den hier rein. So, und dann solltet ihr ja schon mal anfangen, für uns Steal zu machen. Das sieht absolut grandios aus. Jetzt nur die Frage, ob ich auch aus diesem Ofen hier etwas extracten kann. Sekunde, wo sind Items? Weil ich glaube nicht unbedingt. Das heißt, wir würden hier auf Extract gehen und wollen hier natürlich unsere Stealing jetzt machen. Ja, aber das sieht sehr, sehr schwierig aus. Weil das Problem ist, dass wir hier nicht von unten extracten können. Side from which to operate. Ja, wir wollen hier natürlich auf Extract stehen. Oh, das geht sogar. Das heißt, wenn ich hier auf Down gehe, dann kann er das extracten. Oh mein Gott, warte Sekunde. Bin ich gerade richtig? Das ist der Ofen. Das ist der obere Ofen. Yes. Okay. Extract. Side from which to operate. Okay. Das heißt, es steht auf Stack 5. Und dann bräuchte ich jetzt ganz kurz natürlich Stealing. Das heißt, wir nehmen hier immer die Hälfte von raus. Zack. Geben das hier auf eine Whitelist. Und jetzt nehmen wir uns unseren Connector. Den haben wir das als Controller. Hier ein A2 Impopass. Und gehen hier auf Grade, auf Insert und geben ihm das hier. Und jetzt sollte er das Ganze machen. Jawohl. Digga, ist das cool. Oh mein Gott. Okay. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich geil. Das heißt, jetzt können wir hier natürlich den Steal-Blend irgendwie mit unterschmuggeln, wenn ich das hinbekomme. So, there we go. Und jetzt haben wir zwei Ultimate Furnaces. Und das eigentlich wirklich auch ziemlich, ziemlich kompakt, ne? Das heißt, ihr seht, der ganze Steal-Blend wird hier oben reingelegt. Das Ganze wird einfach in die Öfen geballert. Die werden rausgesogen. Und dann haben wir jetzt praktisch unsere Steal-Produktion verdoppelt von der Geschwindigkeit her. Mann. Das ging easy und war ziemlich, ziemlich cool. Okay. Dann würde ich sagen, ich lasse das Ganze jetzt einfach mal craften. Das ist aber wirklich, glaube ich, mit Abstand das krasseste Rezept. Für Redstone müssen wir uns auch noch unbedingt was überlegen. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt das Effizienteste, was wir hier haben. Aber das schauen wir da einfach mal. Okay. Aber ansonsten würde ich sagen, das war es heute von der heutigen Folge Sky Factory 4. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, haut da rein. Habt euch einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.